Hey! Heute bin ich mal ein bisschen näher an dir dran. Ich versuche eine intime Atmosphäre zu kreieren. Ja, auch wieder ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar habe ich einfach gemerkt in den Coachings, wie erleichtert die Menschen sind, einen Ort zu haben, wo sie über ihre Sexualität, über die Probleme damit, über ihre Sehnsüchte sprechen können. Und ich habe gemerkt, dass es wirklich so wichtig ist, darüber zu sprechen, dass das so erleichtert, weil da einfach viele Themen dranhängen, die einen sehr einengen können. Ja, eine freigelebte Sexualität ist einfach so eine Wonne, sage ich mal. Und es lohnt sich da auf jeden Fall. Also ich hatte auch lange das Gefühl, so Mensch, da müsste es doch mehr, da gibt es doch bestimmt mehr als das, was ich jetzt gerade empfinde und so. Und habe mich da auch auf den Weg gemacht. Und ich meine jetzt nicht diese Art, darüber zu reden, wie das in unserer übersexualisierten Welt der Fall ist, in der Pornoindustrie, in der Werbung, ja, wo mit viel nackter Haut gearbeitet wird und wie das in den Zeitschriften irgendwie ist und so. Und das meine ich nicht. Nein. Ich meine die Räume, wo es um eine erfüllte Sexualität geht, wo es um Nähe geht, wo es um Intimität geht, wo es um ehrliche Verbindung geht, die durch eine gelebte Sexualität entsteht. Und ich bin aufgewachsen oder aufgeklärt worden durch die Bravo. Also bei mir in der Familie war das Thema Sexualität tabuisiert oder es war nicht so offen angesprochen. Auch die Nacktheit war jetzt nicht so, war sehr mit Scham besetzt. Und ich kam irgendwann an den Punkt, dass ich gemerkt habe, ich möchte gerne über Sexualität genauso sprechen können, wie über jedes andere Thema auch. Ja, und es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und deswegen habe ich auch Freundinnen und Freunde, wo das möglich ist, wo wir da offen drüber sprechen können. Auch mit dem Partner und ist mir das sehr, sehr wichtig. Und ich habe auch gemerkt, dass das wirklich immer sehr dankbar aufgenommen wird, wenn das offen angesprochen werden darf. Ich selber bin da auch am Forschen und unterwegs und war zum Beispiel mal in einer Frauentantra-Gruppe, wo wir uns erzählt haben, wie wir masturbieren. Wir saßen in einer kleinen Gruppe von vier Frauen zusammen und hatten so ein Modell von Ayoni in der Hand und haben erzählt und erklärt und fortführt, wie wir das so machen und wie wir es uns machen. Und es war total spannend, weil jeder hat es ganz anders gemacht. Ich hätte das nie gedacht, dass es da so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Das war natürlich ein sehr beschützter Rahmen. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass ich muss jetzt nicht mit jedem drüber reden, sondern einfach mit denen, wo es mir wichtig ist, die Menschen, die mir nahe sind oder wo ich merke, da möchte ich ein Vertrauensverhältnis, dieses Vertrauensverhältnis haben können. Also der beschützte Rahmen ist schon auch gut. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr heilsam. Und ich weiß halt aus den Coachings, dass es wirklich viele Frauen zum Beispiel gibt, mit Orgasmusproblemen, mit Themen sich hinzugeben, mit dem Thema in die ganze Kraft reinzugehen und die ganze Lust zu leben. Ja, und auch diesen Moment des Loslassens im Orgasmus, wo du keine Kontrolle mehr hast und da völlig ausgeliefert zu sein. Das sind so Momente, Punkte und es lohnt sich wirklich da, die Ängste anzugucken und es mit dem Partner, mit der Partnerin zu besprechen. Bei den Männern gibt es genauso Themen wie Leistung. Also vielen Männern fällt es zum Beispiel schwer, über ihre Gefühle zu sprechen und in der Sexualität können sie die dann einfacher ausdrücken, den Potenzdruck irgendwie immer zu können und können zu müssen oder auch, was ja auch viel reinspielt, so in katholischen Gebieten, der Druck oder das Verbot irgendwie, das glaubt man gar nicht, dass diese Kirche auch so drinsteckt in der Sexualität, dass dies nur zum Kinderkriegen da ist und ansonsten nicht. Und auch irgendwie keine Kondome zu vertragen und was es da alles so für Themen gibt. Und ja, ich möchte auch noch hinweisen auf eine relativ neue Bewegung, auch wenn sie jetzt schon ein paar Jahre alt ist, ist sie einfach noch nicht sehr verbreitet und deswegen möchte ich das gerne mit dir teilen, und zwar die Slow-Sex-Bewegung, die sowohl für Männer und Frauen eine sehr erleichternde Richtung der Sexualität ist oder einfach eine bewusstere Sexualität, ja, wo es nicht darum geht, irgendwie möglichst schnell zum Orgasmus zu kommen oder möglichst oft oder überhaupt zum Orgasmus zu kommen, sondern wo es wirklich um die Verbindung, Verbindung zweier Menschen geht, ja, um das Miteinander-Sein, um das liebevolle Miteinander-Sein, das so ist, dass man nicht mehr möchte, dass es aufhört, ja. Diana Richardson ist da eine Autorin, die da Bücher drüber geschrieben hat, die macht auch Seminare und hat auch einen Film gemacht. Also wer da mal mehr drüber wissen möchte, der möge sie sich mal anschauen. Gibt auch mittlerweile viele andere Autoren. Mögen wir zu einer ehrlichen und offenen Austausch über Sexualität kommen, über unser Miteinander, über unser liebevolles Miteinander. Also ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mut machen, dich auch in diesem Thema zu öffnen und in einem beschützten Rahmen da deine Themen anzuschauen und ja, damit du auch im Bereich der Sexualität ein erfülltes Leben führen kannst, ein erfülltes und glückliches. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald. Ciao.